Moin zu einer weiteren Folge von Sonic Adventure. Dieses Mal geht ihm aus, geht's weg. Beim letzten Mal haben wir das Skychase Act 1, also Act 1 gemacht. Und dabei sind hier Sonic und Tails getrennt worden. Sonic hat hier Spaß mit Aneming gehabt. Und was Tails macht? So sehen wir jetzt. Können wir eigentlich zu Station. Ja, aber ich kann mal nachgucken. Ist dies möglich? Nein, es ist nicht möglich. Möglich, mein Gott. Was sagst du denn hier, komplette Unruhe Animation? Okay, streiken. Du musst die Chaos Emerald finden. Aber zu suchen in der Dschungel ist sehr schwierig. Ja, wir sind hier im Dschungel. Dann kommen wir hier hin. In den zweiten Teilraum. In den Mystic Ruins. Da waren wir ja hier am Ende der Sonic Story. Und jetzt müssen wir hier 1 K. Und jetzt müssen wir hier 1 K. das einmal finden. Ist doch geil. Die Teile sind irgendwo und wir müssen reinziehen. Wunderbar. Naja. 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 Die Frau lebt allein in Station Square. Ich mache sie so sehr. Sie so sehr. Ja. Oh nein. Chaos Emerald. Ich finde keinen. Hier wohnt Big übrigens. Das wird aber erst später wichtig. Ich sagte die Karte. Ja. Nicht besonders hier. Da ist wieder der Typ. Wollen wir mal. Ich bin seit 25 Jahren Forscher. Und beim sechster Sinn sagt mir, dass es hier irgendwo einen Schatz gibt. Äh, du schnisch gedacht. Das hat mir so ein Licht auch schon gesagt. Dass hier irgendwo ein Chaos Emerald gibt. Ah, die Frage ist nur. Wo ist das irgendwo? Ach, Big. Äh, gut. Und hier ist das. Auch irgendwann. Mein Gott. Es ist wirklich so die Nasen im Heuhaufen Flinden. Ah, okay. Hey! Warte! Warte! Stopp! Ja. Finde ich geil, dass der Trigger der Katze hier noch da ist. Hier müssen wir oben erstmal. Ja. Auf die Knopf. So. Dann hier unten geht die Party ab. Was hier genau passiert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass er hier... ein Sub-Game ist. Sand Hill. Auch mit langerer Musik. Sand Hill Sub-Game. Die... Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ja. Ja. Ich bin auch selbst interessant. Was hat das... Von... Dschungel... In die Wüste. Äh, ja. Soll mir bitte einmal erklären, wie es geht. Oder vielleicht träumt Tills nur, weil... Das... Hat er ja schon mal getan. Ah, hier direkt in die Wüste... Träumen... Ach, ich weiß ja nicht. Naja. Ist sehr interessant hier, das Ganze. Ah, das einzige... Also, wie sind... Ich... Das wir... Froggy! Haben möchten! Ah, Froggy! Bix Katz... Äh, Bix Frosh... Ach, kann ich auf Katze... Bix Frosh Froggy! Ja! Was wollen wir haben? Er hat einen Chaos Emerald. Geklaut. Blöde Sau. Blöde Sau. Das war nicht zu schlecht. Ja, Tills. Oopps. Uh oh. Ich dachte, ich war im Deserter. Ich wundere, wo ich bin! Ich wundere, wo ich bin! Und... Hätts hier alle nehmen können. Hier ist auch der Master Emerald, der auf dem man nicht stehen darf. Ich weiß nicht warum. Auf dem darf man nicht stehen. Aber... Wir müssen... Erstmal hier... Boah! Hier ist komisch Licht, ey! Wir müssen erstmal hier... Etwas... Suchen... Wenn ich mich direkt er... Wenn ich mich erinnere... Was... Ja... Da vorne... Du hast den Rhythm-Badge gefunden. Um kontinuue Taill-Attacken zu machen, Halt den Aktion-Button. Halt den Aktion! Jetzt kann ich jetzt das hier machen. Geil, ne? So, hier sind... Moment mal... Nackens? Volle Kraft voraus. Das Leben ändert sich... Immer und ist nie... Permanent. Na, Fakt. Aber unser Reichtum währt ewig. Reichtum? Hat er Reichtum gesagt? Na, komm. Näh. Also... Ich... Ich kann einfach nicht still sitzen. Du bist doch grad... Eingriff ist die beste Verteidigung. Und du? Aus dem Weg! Aus dem Weg! Alles stehen bleiben! Und du? Ja, haben wir schon. Äh, ja... Unnötiges Zeug... Unnötiges Zeug... Was hier... Labern... Die Servers sind die 7 Chaos Emeralds. 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 Die Servers sind die 8 Chaos Emeralds. Die Servers sind die 1. Die 1. Die 1. Die Servers sind die 7 Chaos Emeralds. Die 7 Emeralds... Die 7 Chaos Emeralds. Die 7 Chaos Emeralds! Es ist die 1 a. Die 1. Die 7-Emeralds! Woah! Yikes! Where's the bee? Weird! Now where was I? Oh yeah! The Chaos Emerald! Perfect! This will get my tornado tube up and ran to go! The time has come at last! This new plane should work a lot better! I've found out most of the problems! So, here it goes! Emeralds, do your stuff! Ready Sonic? Here I come! Tornado tube! Clears the kick up! Away we go! There you are! Data Head! The Egg Carrier! There's Sonic! Sonic! Alright Tails! Way to go! This plane is cool! Now what do you say we nail those guys? You've got it! Hang on! Skychase Act 2! Skychase Act 2! Skychase Act 2! Und jetzt bei der Nummer Zwei. Und ich habe noch gesagt, dass das Lichtkügelchen, das Lichtwoppel, die gleiche Stimme hat wie die Kahl. So muss ich mir sagen, Tails ist voll herrassig. Mein Name ist die Kahl. Und mein, ich bin die Kahl, wer ihr auch natürlich kennt. So, wie heißt du? Tails. Ich sag einfach nichts. Blöde Penner. Naja. Dann wollen wir doch mal weitermachen. Sky Chase Act Zwei. Haben wir ja ein bisschen was dazu tun. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sie sind so gut. Ich hoffe, dass du weißt, was du machst. Du wirst. Seid das! Transforme mich jetzt! Oh oh oh! Let's do it! Uh, Tails hat das extra hier gebaut und... mit Zawne stein stehen. Ja... In 1h... ... das Wegetar... ... mag ich nicht... So... Oh... Jo, ne? 100.000 Logger hat noch besser gesagt... ... Skychase Act 1... ... und nicht überall entgegen... Oh... Knapp... ... durch den Schiebekarakter und immer ne... ... packt noch... ... die ganze Zeit weg... So... Au... ... immer noch... ... Scheiß... ... auf... ... die Technik... ... hier... ... was wird er hier? ... ... da steh ich doch noch nicht... ... naja... ... die Kamera geht wieder weit weg... ... muss er runter... ... kann man wieder gegen... ... weg... ... Knapp... ... Knapp... ... A-K-A-K-A-K-A-K... ... T-E-K... ... A-K-A-K-A-K... Oh, ich wollte gar nicht skippen. Wow, das Ding ist wirklich großartig. Kein Zeit, um ihn zu schlafen. Wir müssen Amy finden. Du bist richtig, Freunde. Lass uns arbeiten.